Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 182. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin und, naja, wie du weißt, ich bin Podcasterin, denn sonst würdest du ja nichts von mir hören. Und was ich mache, ich begleite Menschen dahingehend, dass sie ihre eigenen intuitiven Gaben erkennen und dass sie lernen, wie sie mit diesen Gaben wirklich in ihrem Alltag auch ganz pragmatisch arbeiten können. Und das mache ich durch meine Kurse und Ausbildungen und mit all dem, was ich hier mit dir teile. Und für diese Podcast-Folge heute war eigentlich etwas komplett anderes geplant. Ich wollte mit dir über etwas ganz, ganz anderes sprechen, aber ich durfte gestern etwas machen, was so berührend für mich war, dass ich es unbedingt mit dir teilen will. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben heute, wenn ich diese Aufnahme mache, den 16. September. Und gestern habe ich im Newsletter dazu eingeladen, an einem Healing teilzunehmen. Und zwar ist der September doch sehr anstrengend. Der September hat es von den Energien her doch sehr in sich. Und ich bekomme von vielen, vielen Seiten Hilferufe und Leute, die krank sind, Infekte haben, Unfälle haben. Leute, die ganz, ganz stark mit ihren eigenen Schattenthemen konfrontiert sind. Und diese Menschen haben mich in den letzten Tagen und Wochen mit ihren Hilferufen sehr laut erreicht. Und das hat dazu geführt, dass ich die Idee hatte, gestern, und ich werde es dann auch am Sonntag noch machen, das ist für dich auch schon wieder vorbei. Aber für mich ist es noch übermorgen, weil eben heute Freitag ist. Ich habe mich dazu entschieden, an diesen beiden Tagen ein großes Fernhealing zu machen, bei dem man sich ganz kostenlos anmelden kann. Und vielleicht warst du da eben nicht dabei und hast dieses Fernhealing erlebt. Vielleicht aber auch nicht. Und es ist eigentlich egal, ob du dabei warst oder nicht. Aber das, was ich gestern Abend erleben durfte, war so kraftvoll und so beeindruckend, dass ich diese Erfahrung mit dir teilen möchte. Denn ich werde in meinem Alltag sehr häufig gefragt, wie es denn ist, mit der geistigen Welt verbunden zu sein und wie man denn merken kann, dass man mit der geistigen Welt verbunden ist. Oder wie man merken kann, ob man wirklich Zeichen bekommt aus der geistigen Welt. Und für mich beantwortet sich diese Frage natürlich mit einem riesengroßen Ja, weil ich arbeite jeden Tag mit der geistigen Welt. Ich bekomme ständig irgendwelche Antworten aus der geistigen Welt und ich weiß, dass meine Geistführer sehr stark da sind. Ich kann aber auch verstehen, dass es für jemanden, der nicht so intensiv mit diesen Fähigkeiten arbeitet, etwas anders ist. Dass es für jemanden, der vielleicht erst am Anfang steht oder diese eigenen intuitiven Gaben noch nicht ausgebildet hat, dass es für so jemanden mit Zweifeln und mit Skepsis verbunden sein kann, ob die geistige Welt wirklich da ist und mit uns arbeitet. Nun habe ich gestern diesen Newsletter verschickt und es haben sich innerhalb von einem Tag viele hundert Menschen angemeldet für dieses Fernhealing. Und ich durfte dann gestern Abend um 8 Uhr den Heilraum öffnen und dafür sorgen, dass wirklich Heilenergie fließen darf. Und im Channeling hat uns die geistige Welt gesagt, dass die Wesen von Andromeda ganz stark da sind und uns unterstützen in dieser Aufgabe, in dieser Arbeit, die wir da tun. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe die Namen von allen Menschen, die sich da angemeldet haben für das Healing für den Heilraum gelesen, damit ich einfach diese ganzen Menschen mit in den Heilraum nehmen kann. Das war mir wichtig, dass ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und dann habe ich diese ganzen Menschen in meinen heiligen Raum eingeladen und natürlich auch die geistige Welt. Und danach ist über eine sehr lange Zeit etwas sehr Interessantes geschehen. Denn das Erste, was ich sehen konnte, war mein Seelenbruder Nanual. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Ich habe einen Seelenbruder namens Nanual, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, mit dem ich sehr eng verbunden bin. Und das Erste, was ich sehen konnte, war ihn. Und dann habe ich gefragt, bist du zuständig für das Healing heute Abend? Und er hat mich ausgelacht und gesagt, nein, ich bin für dich zuständig heute Abend. Und ich dachte so, ah ja, natürlich. Macht unheimlich viel Sinn, wenn ich jemand habe, der für mich zuständig ist. Denn ich stelle mich ja in dem Fall als Kanal zur Verfügung. Und wenn ich mich als Kanal für viele hundert Menschen zur Verfügung stelle, dann ist es sinnvoll, wenn auch sich jemand um mich kümmert. Und Nanual hat diese Aufgabe sehr liebevoll für mich übernommen. Und das Nächste, was ich dann sehen konnte, waren fünf aufgestiegene Meister. Ich hoffe, ich schaffe es, alle zusammenzubringen, dass ich dir sagen kann, welche Meister es waren. Denn nicht alle von den Meistern sind Meister, mit denen ich sehr eng arbeite. Als erstes habe ich Meister Hilarion gesehen. Das ist keine große Überraschung. Hilarion ist der große Heiler unter den Meistern. Da war für mich klar, dass er hilft, den Kanal aufzubauen. Neben ihm habe ich Meister Sacharman gesehen. Der ist auch für mich sehr logisch. Denn wenn Hilarion für die körperliche Heilung zuständig ist, ist Sacharman sehr oft für die seelische und psychische Heilung zuständig. Und dann habe ich Meister Elmoria gesehen. Und Elmoria ist zuständig für den Aufstiegsprozess und die Veränderung. Auch das war für mich komplett logisch. Mit dem konnte ich auch sehr viel anfangen. Und dann habe ich Meister Seraphis Bay gesehen. Auch der hat sehr viel mit dem Aufstiegsprozess zu tun. Und auch das war nachvollziehbar. Und dann habe ich Meister Wotana gesehen. Und das ist ein Meister, mit dem ich nicht sehr viel arbeite. Das ist ein Meister von den amerikanischen Natives, also von den amerikanischen Ureinwohnern. Und ein Meister, der sehr, sehr stark auch mit der Erdung zu tun hat. Und diese fünf Meister haben den Raum aufgebaut. Die haben quasi wie die Grundlage gelegt dafür, damit wir dann arbeiten konnten. Und sie haben mich mitgenommen auf eine Art Reise. Denn was ich sehen konnte, war die Nacht beim Eindunkeln. Es war gerade noch nicht ganz dunkel, aber gerade ganz kurz davor. Und wir waren mitten in einem Urwald. Und wenn ich jetzt einschätzen müsste, wo der war, dann würde ich mal schätzen, dass der irgendwo, der war für mich nicht ein Regenwald, sondern ein Urwald. Also nicht unbedingt gerade in der Nähe des Äquators, sondern so ein bisschen südlich oder nördlich davon. Und inmitten von diesem Urwald hatte es ein großes Amphitheater. Und für mich ist so die Region, wo ich es hin machen würde, in meinen Gedanken wäre Mexiko. Weil es hat mich so ein bisschen an Mexiko erinnert, von der Energie her, vom Wald her, also wie der Wald ausgesehen hat. Und dann auch vom Amphitheater her. Wobei die Mexikaner, also die Mayas, die haben eher Pyramiden und nicht Amphitheater. Und deswegen passt es nicht ganz, aber es hat mich daran erinnert. Also von dem her, ich will es auch nicht irgendwo auf der Erdkugel hinsetzen, sondern ich will einfach eher mit dir teilen, was ich gesehen habe. Und in der Mitte von diesem Amphitheater, und zwar nicht auf den Rängen, sondern in der Mitte, saßen diese Hunderten von Menschen, die sich angemeldet hatten für das Healing. Jeder von denen konnte ich sehen, wie sie auf dem Boden gesessen sind. Jeder hatte Platz rund um sich herum. Einige haben sich hingelegt gehabt. Einige sind gesessen. Aber es war genug Platz da. Es war sehr, sehr groß, sodass genügend Platz war, dass jeder in der Mitte auf dem Boden sich hinsetzen oder hinlegen konnte. Und die Meister, die standen auf der einen Seite quasi beim Eingang dieses Amphitheaters, da wo die Leute reingekommen sind. Da standen die fünf Meister nebeneinander. Und ihre Aufgabe war es, die Verbindung zu halten, der Energien, dieser ganz, ganz kraftvollen Heilenergien, die da geflossen sind und der Erde. Also es ging so darum, die Menschen, die da alle teilgenommen haben, an der Erdung sehr stark teilnehmen zu lassen oder in die Erdung zu führen, während gleichzeitig diese wirklich hoch schwingenden Heilenergien angefangen haben zu fließen. Und ich konnte dann wahrnehmen, wie diese Heilenergien sehr, sehr stark sich sehr machtvoll aufgebaut haben. Und das war wirklich eine machtvolle Aufbau der Energie. Das war sehr, sehr intensiv. Und die Heilfarbe, die ich dabei gesehen habe, war ein wunderschönes Petrol. Die Farbe war so ein dunkles Türkisgrün, wenn dir jetzt Petrol nichts sagt von der Farbe her. Und während dieses Petrol, diese wunderbare Heilfrequenz anfängt zu laufen, zu fließen und ich sehen kann, dass jeder einzelne Mensch in der Mitte dieses Romphitheaters erfüllt wird von dieser Heilenergie, kommt durch den Eingang der Heilenergie ein Wesen nach dem anderen. Denn die Wesen von Andromeda, diese wunderbaren universellen Heiler, haben entschieden, dass für jeden Menschen, der sich entschieden hat, an diesem Healing teilzunehmen, ein Wesen der Andromedaner. Dazu kommt und dieses Healing ganz, ganz persönlich auf die Bedürfnisse der Menschen abstimmt. Und schon nur zu sehen und zu erleben, wie diese Wesen dieses Amphitheater betreten haben, das war für mich atemberaubend. Es war so berührend und so beeindruckend, wie Wesen um Wesen um Wesen mit diesem sanften Schimmer, mit diesem Leuchten, mit dieser Heilkraft dieses Amphitheater betreten haben, in dem so viele Menschen waren, die bereit waren, sich der Heilung hinzugeben, die bereit waren, anzunehmen und in diese Annahme zu gehen und die bereit waren, daraus auch zu lernen, sich weiterzuentwickeln, ihre Seelen zu öffnen. Das war, es war atemberaubend, beeindruckend und für mich, dass ich dafür als Kanal fungieren darf, dass ich die Verbindung bauen darf zwischen den Menschen und der geistigen Welt. Es ist so berührend. Es macht mich so dankbar und es macht mich irgendwo einfach demütig. Und es gibt mir so diese Möglichkeit, mich in Demut vor dem zu verneigen, was ich erleben darf, wofür ich gekommen bin. Und während ich den Kanal halten durfte, haben sich die aufgestiegenen Meister aufgeteilt, sodass jeder wie ein Stern halt. Wenn sich fünf Wesen verteilen, bilden sie ja so eine Art Sternform, das kannst du dir ja vorstellen, sodass von allen Seiten diese Energie gehalten wurde. Ich selber stand am Kopfende und hinter mir war einer der aufgestiegenen Meister. Und ich habe keine Ahnung, welcher es war und deswegen frage ich einfach für dich kurz nach. Das muss Meister Saint-Germain gewesen sein, der da die Energie gehalten hat. Er stand nicht direkt hinter mir, das waren vielleicht zehn, zwanzig Meter hinter mir, so wenn du das grob schätzen musst. Und die Wesen von Andromeda haben sich dann verteilt und jedes Wesen von Andromeda hat sich zu einem von diesen Menschen hingekniet oder hingesetzt oder sich daneben gesetzt und angefangen, ein sehr, sehr persönliches Healing zu geben. Was ich dann sehen konnte war, dass die Wesen von Andromeda zuerst ein Healing auf der körperlichen Ebene gemacht haben. Das heißt, jedes von diesen Wesen von Andromeda hat sozusagen seinen Menschen gescannt, weil mir einfach kein besseres Wort dafür einfällt und ganz genau betrachtet, wo es Heilung braucht. Und wenn du jetzt dabei warst und Kopfweh hattest, dann ist das Wesen bei deinem Kopf geblieben und hat Heilenergie in deinen Kopf einfließen lassen. Wenn du mit Rückenweh dabei warst, dann hat das Wesen Heilenergie in deinen Rücken einfließen lassen. Und das Gleiche mit Beinen, Füßen, Knöcheln, Händen, Armen, was auch immer. Also wo auch immer du Schmerzen hattest, da ist Heilenergie eingeflossen, wenn für dich das Thema war, dass es um eine körperliche Heilung ging. Denn diese Wesen wussten sehr genau, warum wer gekommen ist. Wo bis jetzt um ein körperliches Thema ging, ein psychisches Thema oder ein seelisches Thema. Und in dieser ersten sehr intensiven Heilwelle, die da geflossen ist, ging es um die körperliche Heilung. Man konnte sehr deutlich sehen, wie diese wunderbaren Wesen angefangen haben zu leuchten. Die haben praktisch angefangen zu glühen in ihrer Arbeit, in ihrem Übermitteln von Heilenergie, wie sie das eben machen. Und diese Energie ist bestimmt zehn oder 15 Minuten sehr, sehr körperlich geflossen. Da war sehr, sehr viel körperliche Energie. In einem zweiten Schritt, und das war so wunderbar zu beobachten, konnte ich sehen, wie die Wesen ihren Menschen die Hand auf den Kopf gelegt haben. Und es war so eine Hand auf den Kopf, so dass die Finger zu der Stirne zeigen und die restliche Hand oben auf dem Kopf liegt. Und in dieser Phase wurden alle mentalen und psychischen Erkrankungen mit Heilenergie geflutet. Also alles, was mit zum Beispiel depressiven Verstimmungen oder auch großen Herausforderungen, Schattenthemen, alles was mit hormonellen Ungleichgewichten im Gehirn zu tun hat, wurde in dem Schritt mit Heilenergie geflutet. Und weißt du, dieses Bild zu sehen, wie jeder Mensch die Hand von einem von diesen Wesen von Andromeda auf dem Kopf hatte und wie durch diese Hand Heilenergie geflossen ist. Es ist ein Bild, das ich niemals wieder vergessen werde. Ich bin so dankbar, dass ich es sehen durfte, dass ich das erleben durfte, dass ich Zeuge dessen werden konnte, was da passiert ist und wie individuell auch diese Energie fließen konnte. In einem dritten Schritt dann ging es um alle seelischen Verwundungen, um Heilung von seelischen Themen. Und wenn ich hier von Heilung spreche, dann geht es immer darum, dass da Heilenergie geflossen ist, dass diese Heilfrequenzen einfach arbeiten durften. Und da ging es dann um Themen, die sich in deinem Leben zeigen, eben auch Schattenthemen, Themen, die in deiner Familie vorhanden sind, Themen, die vielleicht über mehrere Leben hinweg mit dir in Resonanz gehen. Darum ging es in dieser dritten Welle von Heilenergie, die geflossen ist. Und auch da konnte ich etwas so Schönes sehen, denn ich konnte sehen, wie die Wesen von Andromeda dafür die Hände oberhalb des Brustkorbs, oberhalb des Herzchakras ihrer Menschen hingelegt haben und durch die Hände in das Herzchakra Heilenergie geflossen ist. Und was für mich da so beeindruckend war, ist, ich habe von den Menschen, die an diesem Healing mit dabei waren, einige gesehen, die wie gesessen sind in diesem Amphitheater auf dem Boden und konnte dann sehen, dass sich diese Wesen dahinter gesetzt haben, sodass sie quasi wie den Menschen in die Arme nehmen konnten und umarmen konnten, dass sie wirklich, diese Menschen wirklich umhüllt waren von dieser wunderbaren Energie. Und ich konnte fühlen, wie jeder von diesen Wellen bis auf Zellebene geheilt hat, bis auf Zellebene berührt hat. Und wie diese Energien wirklich fließen konnten. Normalerweise gehe ich davon aus, dass ein Healing so zwischen 20 und vielleicht 40 Minuten dauert. Gestern waren wir nach 40 Minuten noch lange nicht fertig. Das hat deutlich länger gedauert. So nach einer Stunde konnte ich aufhören und musste den Kanal nicht mehr so stark halten. Und ich weiß, dass danach noch ganz lange Heilenergie nachgeflossen ist. Und ich habe heute viele Feedback bekommen von Menschen, die dabei waren und gesagt haben, wo sie es fühlen konnten, wie lange auch sie es fühlen konnten, was sich verändert hat. Und die Feedback, die ich heute bekommen habe, bestätigen ganz genau die Wahrnehmung. Einige haben tatsächlich wirklich körperlich viel gefühlt und einige haben mir geschrieben, dass sie gerade mit einem Infekt kämpfen, gerade krank sind oder sich grippig gefühlt haben und dass es ihnen heute wieder blendend geht. Andere haben mir beschrieben, dass sie Gelenkschmerzen hatten, so eine Art Rheuma oder so und dass das heute nicht mehr vorhanden ist. Und weitere haben geschrieben, dass sie sehr aufgewühlt waren, weil gerade ein Thema sich zeigt und dass sie wieder Mut und Kraft getankt haben. Und was ich mit dir teilen will, ist auf der einen Seite diese Erfahrung, die mich so berührt hat, die für mich so beeindruckend war. Und auf der anderen Seite aber auch ist es mir so ein Anliegen, dass du das auch kannst. Das ist nichts, was ich kann, weil ich irgendwie mit dieser Gabe geboren worden bin. Oder wenn ich mit dieser Gabe geboren wurde, dann hast du diese Gabe auch und bist genauso mit ihr geboren worden. Ich habe es einfach trainiert und ich weiß, dass du das auch kannst, wenn du das möchtest. Aber dieser Abend gestern, diese Möglichkeit für so viele Menschen als Kanal zu dienen, um die richtigen und wichtigen Frequenzen quasi zu verbinden, genau dafür mache ich diese Arbeit. Genau dafür habe ich diesen Podcast. Genau dafür bilde ich meine Medien aus, weil ich sehen kann, wie groß die Veränderung ist, die wir da auf die Welt bekommen. Wie groß die Veränderung ist, die wir in die Welt tragen. Wie viel Licht wir in die Welt tragen können, wenn wir selber bereit sind, unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren, in die Annahme und in die Hingabe zu gehen. Und wenn wir bereit sind, dieses Licht nicht nur für uns leuchten zu lassen, sondern eben auch rauszutragen. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich gerne über diese Lektionen in Demut spreche. Und was ich gestern erleben durfte, war nicht nur ein riesengroßes Geschenk aus der geistigen Welt, das nicht an mich gerichtet war, sondern an hunderte von Menschen, die bereit waren, dieses Geschenk anzunehmen. Es war für mich eine berührende Lektion in Demut. Und wenn ich darüber rede, bin ich emotional und ich bin ein ein bisschen sprachlos und weiß nicht ganz genau, wie ich diese Wahrnehmung noch besser in Worte fassen könnte. Wenn du dabei warst, wenn du den Mut hattest, dich hinzugeben, dann vielen, vielen Dank. Was wir gemacht haben, hat nicht nur dich oder mich in mehr Heilung gebracht, sondern die ganze Welt. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!